Der dritte Advent ist, das dritte Fenster wartet und ich mache das jetzt ganz einfach aus, auf nicht aus, der Erich war gestern an der Reihe, heute bin ich beim Erich, habe ich mir den super Trick abgeschaut, mit dem Stanley Messer zum aufmachen, das ist leer, das ist ja Erich, das hat bei meinem Schleiferbier gepasst.